Was ist die Kulturnacht? Als die Kulturnacht vor über 20 Jahren erfunden wurde, war ich zu der Zeit OMT-Chef. Und mich hat halt sehr gefreut, dass engagierte Leute das Thema Kultur aus den musealen Räumen einfach in die Öffentlichkeit getragen haben, weil es hat die Stadt enorm belebt. Und mich freut sehr, dass man über 20 Jahre das jetzt so weiter fortgeführt hat und wünsche allen Beteiligten auch für die Zukunft viel Erfolg.